Abo Dabi ist auch ne gottlose Strecke, ey. Gottlos geil, du hast es. Geil finde ich sie jetzt nicht so. Boah, schöne Armdämmerung hier. Du kannst sie eh besser als ich die Strecke. Du bist erster gerade. Weiß ich nicht, keine Zeit dafür. Wir wollen die Eisbären sehen. Aber ohne deine Tricks wäre ich nicht erster, sag ich. Wir wollen die Eisbären sehen. Wie kannst du da jetzt so schnell sein? Oh, die habe ich richtig scheiße genommen, die Kurbel. Verwaltung fürs Abkürzen habe ich Verwaltung bekommen. Nehme ich in Kauf, ist mir egal. Ja, du hast es. Auf der Strecke kriege ich nichts hin. Finde ich so geil, aber ich bin einfach kacke auf der Strecke. Und voll Gas. Zotop. Tego, du nimmst die Kurven einfach wie ein Boss, Junge, sag ich. Ich nehme die wie scheiße. Ja, wenn du ein Autogramm würdest, sag Bescheide. Aber ja, wenigstens. Nein, die erste Kurve ist eine Linkskurve, ne? Ja. Scheiße, das ist immer scheiße, innen zu sein. Deine Kurve. Ey, Digga, was ist das? Ich bin im Sandwich, das war schon wieder komplett. Ich bin im Sandwich. Ich habe mich auch im Sandwich rausgeholt. Oh mein Gott. Kevinsmaid macht so... Wer da jetzt zwei Sekunden eine Zeitstrafe bekommt schon. Ja, weil er nicht gerammt hat. Achso. Du dreckiger Hurensohn. Ja, genau. Ja. Karma, Karma fürs rausgehen. Ich hoffe, du wirst geknattet. Oh nein, ich habe übelst gedauft. Verwarnung fürs Abkürzen. Die Kurve muss ich jetzt jedes Mal perfekt nehmen. Das ist eine richtige Mäusch in meiner Kurve. Ich bin zufrieden, wenn ich den zweiten halte, weil dich hole ich nicht mehr ein. Außer du drehst dich hier. Außer du drehst dich. Wie sieht's aus? Vielleicht Turnier mitnehmen? Unpassend gerade, Kevin. Unpassend. Unpassend. 23 Uhr ist Turnier. Ja, kannst du ja schön in Solo rein gehen. Voll mal kack, die Kurve. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Oh, ne. Fast in die Bugs gefahren. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Und los. Ich bin so gerutscht in der Kurve. Ich glaube auf Langstrecke holst du gut auf. Oder? Nee, ich hab das langsamste Fahrzeugen gefunden, sonst zu gar nicht so. Voll gehüpft der Kurweiter. Ich auch, Digga, über diesen scheiß Hubbel hier. War kein Bodenschaden, richtig und richtig. Schlechte Kurve. Die Kurve mach ich auch überhaupt nicht. Wie kann ich, hab ich Bodenschaden wieder ausgemacht, oder was? Ich krieg keinen Schaden, obwohl ich hier so am Bouncen bin. Let's bounce, motherfucker, let's bounce. Creechern, mehr Reifen aus dem Aufbekommen. Oh, ich hab vergessen zu sch... Knüppeln, ey, zu schalten. Ja, das hat mich auch mal absolut wieder ne halbe Sekunde gepostet, dass nicht schalten. Ich find's gut, dass Hamilton nicht ganz so weit hinten ist, ey. Mein Mate existiert einfach nicht. Nick Schumacher, wirklich, immer letzter. Als er inzwischen bei der V1 ist. Mhm, jetzt aber nicht mehr tatsächlich, die Saison ist wieder rausgefunden. Also er ist irgendwie dritter Fahrer oder so. Ersatzfahrer oder so. Sag mich wie der Vaters oder so. Nope. Ich vergesse grad immer zu schalten, ey, was ist das? Oh, ne, du hast einfach ne Sekunde rausgeholt in der Runde, weil ich einfach nicht schalte. Ich brauch nur einen Fehler machen, ey, mich überdrehen oder so, damit ich raussehe. Oh, ein Kuh war mich beschissen. Nur zwei, oh, jetzt hab ich kompletten Fehler gemacht. Boah, Alter. Hä, vielleicht bin ich weg hier, Alter. Keine Ahnung, du hast irgendwie pro Runde ne Sekunde wirklich... Keine Ahnung, wo du hin knatterst, ey. Oh, ich kann irgendwie nicht mehr schalten, ich schalte die ganze Zeit an. Ja, ich mach's nicht. Aber du musst vor dem runter schalten, bevor er es selber macht. Du musst wahrscheinlich zu spät schalten, ja. So, ja, dann ist nochmal... Ich schalte immer sehr, sehr spät, weil ich riskant lese. Wer bremst, verliert so'n Ding, ist das nämlich. Nee. Nee. Controller. Mein Controller. Der Controller ist, äh, näher. Mit so'n Fake-Ansatz, du machst immer mehr Sekunden, wahrscheinlich ist dein Controller, ey. Ja, das war automatisch gerade. Der macht automatisch weiter. Lass einfach ab, jetzt immer Bots fahren, ey. Mach übel Sekunden auf mich. Ich fahr jetzt gerade wieder weiter. Der hätt schon ne Sekunde wieder rausgeholt gegen mich. Ey, was ist das für ein Schwitzer? Ding, ey, war nur fünf Sekunden weg. Ich hab' übrigens nen Unterboden-Schaden, seit der zweiten Kurve dann. Jetzt ist auch bei mir ja tatsächlich. Aber ist mir egal, wer ist letzte Runde. Hätte dein Mate nicht ne zwei Sekunden scharfe, würde er mich noch einholen. Das ist nicht mein Mate, das ist fair stoppen. Ach so, das ist Kevin's Mate. Kevin... Ah. Nenn's Ex-Fahrer. Ne, Alonso ist doch fair... Ah, oder? Keine Ahnung. Kevin ist fair stoppen. Kevin hat fair stoppen besetzt. Oh Gott. Junge, du hast einfach in der letzten Runde fast zwei Sekunden gemacht gegen mich. Danke, Bot. Mein Controller kann ruhig öfter leer gehen. Ich hab so... Bei mir hat so im Unterboden gekracht. Bin 6,5 Sekunden, Alter. Boah. Das ist nicht meine Strecke zu fahren, die ist geil, aber die kann ich nur... Ich hasse Abu Dhabi. Ich hasse Abu Dhabi eigentlich, ne? Aber die hab' ich richtig gut gespielt jetzt. Oh, ist ja mit ein besser Fahrrad. Zweiten Platz nehm' ich aber trotzdem. Aber jetzt muss ich wieder Erster werden, weil sonst überholst du mich, wenn du jetzt wieder Erster wirst. Und jetzt kommt auch noch Azerbaijan, wo du dich gerade eben aufgewärmt hast. Ah, stimmt. Aber... Da kann man sich sehr gut crashen in der ersten Runde. Was muss man sagen? Da hüpft der Unterboden komplett. In dieser einen engen Gasse da, da wird so krachen. Wo ist denn dein Mate? Hä? Dein Mate ist weg oder was? Der letzte war das. Das ist ja gar nicht. Das ist Mick Schrummacher, Junge. Das ist jede Runde Letzte.